Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6341 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll! Dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Ich liebe es, meine Fähigkeiten optimal einzusetzen, aber momentan bekomme ich auf meine Bewerbungen nur Absagen. Ich liebe es, meine Fähigkeiten optimal einzusetzen, aber momentan bekomme ich auf meine Bewerbungen nur Absagen. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät zu meiner Besprechung mit der Geschäftsleitung. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät zu meiner Besprechung mit der Geschäftsleitung. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät mit der Geschäftsleitung. Der Laden läuft gut. Im nächsten Monat eröffne ich meine erste Filiale im Nachbarort. Im nächsten Monat eröffne ich meine erste Filiale im Nachbarort. In vielen Haushalten sind Sparschweine zum Sammeln von Kleingeld für die spätere Verwendung in Gebrauch. Das Schmieden ist eines der ältesten Handwerke der Welt und wird seit Jahrtausenden ausgeübt. Das Schmieden ist eines der ältesten Handwerke der Welt und wird seit Jahrtausenden ausgeübt. Das Schmieden ist eines der ältesten Handwerke der Welt und wird seit Jahrtausenden ausgeübt. Das ist keine Dauerlösung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.